Also meine Leidenschaft gilt voll und ganz den Pflanzen in meinem Garten und ich gieße die auch immer und ich gönne denen das Wasser auch. Aber hin und wieder trinke ich halt auch selber gerne. Facebook, Instagram, Whatsapp, das alles interessiert mich gar nicht. Also ich halte nicht viel von neuen Medien und insbesondere der Kommunikation und Nachrichten über neue Medien. Ich muss sagen, ich bleibe auf dem traditionellen, alten Weg und schreibe lieber eine Flaschenpost an meine Eltern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was hast du da gerade eigentlich gemacht? Ich praktiziere City-Yoga und das hilft mir einfach, den stressigen Alltag zu vergessen und mich einfach zu entspannen. Solltest du auch mal ausprobieren. Namaste. Ich bin Kamil und ich engagiere mich ehrenamtlich für die Kältehilfe hier in Berlin von der Berliner Stadt. Insbesondere den Kältebus. Der Kältebus ist in Berlin unterwegs, um Menschen zu suchen, die nicht mehr genug Energie haben, selbst eine Notunterkunft aufzusuchen und wir versuchen dann zu unterstützen mit Schlafsäcken, Isomatten und heißen Getränken. Begegnungen auf Augenhöhe sind ganz wichtig, also schaut mal, wie es den Menschen geht, um euch herum, bietet ein Gespräch an und vielleicht ein heißes Getränk. Schaut, wie es jemandem geht, wie sind die Menschen ausgerüstet, kann ich da was tun mit möglicherweise einem Schlafsack, einer Isomatte. Und wenn nicht den Kältebus anrufen, dann kommen wir vorbei und versuchen Kontakt herzustellen und auch die Sachen vorbeizubringen. Schaut, wie es jemandem geht, wie es jemandem geht.